Ich verspreche euch, ich werde einen Engel vor euch hersenden, der euch auf dem Weg bewahrt. Oha, der Sturm von gestern hat ganz schön viele Schäden hinterlassen. Besonders Oma und Opa hat es richtig toller erwischt. Also natürlich nicht Oma und Opa, sondern das Haus von Oma und Opa. Um genau zu sein, das Dach von Oma und Opa. Stopp, Nola. Nicht zu viel verraten. Einfach vorlesen. Oma und Opa. Das Telefon klingelt und Papa geht ran. Es ist Opa. Timo sieht, dass Papa ganz erschrocken ist über das, was Opa ihm erzählt. Er wartet gespannt ab, bis Papa fertig ist mit Telefonieren. Was ist los? fragt er. Papa macht ein besorgtes Gesicht. Der Sturm hat die große Tanne in Opa und Omas Garten umgeweht und die ist leider genau auf ihr Haus gefallen. Timo wird blass. Sind sie verletzt? fragt er erschrocken. Papa schüttelt den Kopf. Zum Glück nicht, aber das Dach ist auf der einen Seite ziemlich kaputt. Ich fahre hin, um zu sehen, ob ich was tun kann. Darf ich mit? fragt Timo. Papa ist einverstanden. Er und Timo packen die Kettensäge und noch ein paar andere Sachen ein. Mama bleibt mit dem Rest zu Hause. Der Sturm hat auch hier im Garten einiges umgeweht und zerstört. Es gibt viel zu tun. Als Timo und Papa bei Opa und Oma ankommen, steht schon ein Feuerwehrauto vor der Tür. Das Haus sieht schlimm aus. Kann ich irgendwie helfen? fragt Papa einen der Männer. Bringen Sie Ihre Eltern heute besser woanders unter, rät ihm dieser. Ihre Mutter ist völlig verzweifelt und ihr Vater steht uns ständig im Weg. Timo hat Oma schon gefunden. Sie sitzt im Wohnzimmer, die Hände im Schoß gefaltet. Opa und Papa kommen durch die Balkontür nach drinnen. Ich sag dir schon seit letztem Jahr, dass der Baum zu groß geworden ist. Sagt Papa gerade zu Opa. Du wolltest ihn doch entfernen lassen. Du weißt doch, wie das ist, Junge. Ich hab es einfach immer wieder vergessen. Opa sieht ganz elend aus. Papa klopft ihm auf die Schulter. Ihr kommt jetzt erstmal mit zu uns. Und dann sehen wir weiter. Im Auto meint Opa zu Papa. Du machst auch nicht immer alles sofort. Papa seufzt. Da hast du recht. Aber jetzt habt ihr ein dickes Problem. Oma sitzt neben Timo. Er nimmt ihre Hand und drückt sie. Das wird schon wieder, sagt er leise. Oma lächelt. Du hast recht. Und ihr beiden Streithähnen da vorne hört jetzt mal auf. Das macht's auch nicht besser. Papa grinst. Ja, Mama. Hätte Opa den Baum abholzen lassen, wäre das Haus noch ganz. Wir haben oft Gründe, irgendwas nicht zu tun. In der Bibel ermutigt uns Gott immer wieder, die Dinge anzupacken, die getan werden müssen. Und sie nicht vor uns herzuschieben oder zu verdrängen. Das hilft uns, zufrieden zu sein und glücklich zu leben. Und wenn doch mal was schief geht, helfen Vorwürfe nicht. Dann ist es am besten, man packt gemeinsam an und überlegt sich, wie man das Problem lösen kann. Genau. Ciao. Wow, wow.